Nein, Redo rette uns. Redo rette uns. Redo rette uns wird der Titel für dieses Video. Willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer. Zum ersten Mal Legende. Redo hat sich entschieden, dass Legatus einmal aufs Maul braucht. Ganz offensichtlich. Nächstes Mal wieder gemutet für den Rest des Videos. Wir spielen wieder den Garten des Maul. Und Legatus wird uns vermutlich wieder in den Tod ziehen. So wie er es immer macht. Ich habe euch gerettet beim letzten Mal, weil ich vorgelaufen bin und die Putt aufgespalten habe, sodass ihr die fast gekillt hättet. Die Putt ist getötet worden. Das klingt ja wirklich. Das ist die glorreichste Erklärung von ich habe die Putt gepullt und mir seit allen deswegen gestorben nicht gehört habe, Legatus. Nein, ich habe die Putt nicht gepullt. Ich bin nur in die falsche Richtung gelaufen. Beziehungsweise ich bin weitergelaufen und die anderen sind einfach zurückgelaufen, diese Feiglinge. Ich muss euch übrigens sagen, ich weiß leider nicht alle Bücher und so'n Zeug hier. Die brauchen wir auch nicht, wir sterben auch so. Also ich weiß einen Grimma und einen Wub sicher und bei anderen, wenn ich irgendwie mein Gehirn kratzt nach eins. Ich habe letztens allem gemacht, aber ich kann mich jetzt nicht direkt dran erinnern. Auf jeden Fall weiß ich zwei Tomes, die anderen kommen vielleicht noch. Ja, Tomes können wir aufsammeln, aber Grimmas würde ich nicht empfehlen. Die bringen uns um. Nein. 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 Mein Internet hat ja auch wieder eine Glanzleistung, jedenfalls portet sich Rido immer mal alle fünf Sekunden so zwei Meter nach vorne. Hier gibt es noch einen Trank der Präsentationen, ihr seid eh schon alle runtergelaufen, weil ich die Kiste hier, in der meistens ein Trank drinsteht, überhaupt nicht interessieren. Deswegen sterben wir immer, wenn ihr nicht ausgerüstet seid. Nein. Da oben gab es übrigens seit langem wirpfen, um irgendeine Teile aufsammeln, aber ich glaube, das ist nur so eine Einwahlertschiedung. Was kann man einsammeln? Feuerratte. Und Gasratte. Oh. 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 Gasratte ist tot. Aua. Komm. Oh scheiße. Was macht ihr denn jetzt wieder für den Kram? Wo seid ihr denn jetzt schon wieder einsammeln? Alle. Jetzt bin ich hier nur über dem Rage alleine. Alle sind überall. Ja, ja. Die gehen schon wieder vor. Rido, hast du deine Cheats aktiviert, den Warhack und den Aimborn. Ah, 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 wo seid ihr denn, Jungs? Nein, die Sturmrater hat gerade ihren Warhack aktiviert und mich einfach durch die Wand den Kopf abgehackt. Mann, 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 Mann. Muss besser werden. Moment, steht anklagend neben mir. Moment mal. Hier ist ein Heiltrunk. Will den keiner nehmen? Nee. Doch. Nimm ihn doch. Ich hab schon einen. Weil du schon den letzten nicht mitnehmen wolltest. Ja, dann nehm ich den halt. Oh, ich wollte ihn doch haben. Ja, du bist wichtiger. Du bist zum Schmarrn. Kann sogar behalten. Wir finden bestimmt noch einen. Hä? Au. Oh, da hab ich aber gerade eine Edge auf der Kacke. Hey, lass mich nicht ja so viel mehr. Nein! Ich hab da gehört mit dem Sassen. Was war mit dem Sassen? Nein. Kommt einer. Bombe! Zu weit. Jetzt hab ich den Gatterburn, da ist er. Oh, auf mir drauf ist er. Hilfe! Ah, jetzt ist er auf mir und hat mich rumgebrockt. Nein, was? Noch bin ich nicht ganz gut. Jetzt bin ich nicht. Verdammt, ich hab's doch versucht. Ich will rein. Ach, die Einschätzung. Ich bin down, ne? Hinter euch. Hinter Amst. Ja. Oh, nein, was? Oh, Leute. Wie kann der einfach so über die Wand springen? Hat jemand den Heiltrank hier hinten eingesammelt? Oder habt ihr euch gedacht, nee, seid zu cool dafür? Nein, den hab ich eingesammelt. Ja, ja, ja. Den hab ich Rido gegeben. Oh, jetzt ist er weg. Rido teleportiert sich aber auch bei mir. Ragnar, willst du einen Heiltrank haben? Oh ja, bitte. Danke schön. So, wie wär's wenn wir weitergehen? Ja. Ihr bringt euch echt zu oft um. Legatus macht den alten Dunkelelfenfehler. Ja. Oh Gott, ne Patrouille. Wollt ihr die nicht bekämpfen? Das sind nur geschätzt 30 Sturmraten. Leute. Die sind bestimmt 20. Kommt ihr hier raus? Oder wollt ihr... Ja, 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 ja. Okay, sind doch nicht so viele. Ich weiß nicht, wo Ragnar ist. Von hinten. Von hinten. Unter dem Assassine. What? Ich hab auf ihn geschossen. Hab ich erst ab zwischen Ragnar und dem Assassine durchgeschossen. Gas Raki. Gas Raki. Ja, der ist hinter uns. Hinter uns. Der ist tot. Nein, der ist tot. Ja, aber da ist noch einer hinter uns. Da kommt die Patrouille. Wie wärs, wenn wir... Geht doch eher weiß. Wir laufen jetzt bestimmt da vorbei und dann können wir schnell wieder... Höchstlich hinten ist der Globadier. Oh nein. Okay, wir sollten uns jetzt beeilen, damit wir nicht... NEIN! Nachher lauft! Ah, bin ich dumm. Ah, wo ist der Gunner? Ah, ich bin nicht so... Und... Hamster pullt gleich die Part, wenn er weiter so hüpft. Fuck, 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 fuck. Jetzt nicht mehr. Oh, war das schlecht. Oh, nee! Der Gunner hat mich fortfällig gemacht. Der Gunner hat mich fortfällig gemacht. Der Gunner hat sich... Sacrificed. Ja, viel Spaß. Ja, ich hol dich jetzt, Digatus. Du hast ein bisschen Spaß mit mir haben. Scheiße! Das ist übrigens das erste Mal, dass wir auf Legend spielen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Äh, so bewege ich mich richtig. Für die Zuschauer, die das interessiert. Das ist eine gute Position hier in der Ecke, weil da... Da können uns Redling Gunner und Gasratten überhaupt nicht umbringen, richtig. Sag mal, warum sind da jetzt plötzlich acht Redling Gunner hintereinander? Weiß ich nicht. Achtung hinter dir! Oh, Mann! Wollen, du telepidierst dich ganze Zeit. Das läuft jetzt echt nicht gut. Ey, da ist ein Assassine. Wo ist Redo? Ich bring dich gleich an, Redo. Ja, dich an... Oh! Das hat er wohl. Hey! Hm. Ja, das war denkbar ein schlechter Anfall. Ja. Ja, immerhin sind wir... ...hundert Meter reingekommen ins Level. Noch nicht tot. Hihihi. Ja, das war... Hihihihi. Komm, mach jetzt noch die Mission zu Ende. Negatus, ich darf das. Hihihihi. Nein. Negatus, du musst trotschen. Oh nein. Der Sinn bringt doch gar nicht. Aber springen sie lustig. Hihihihi. Das war ähm... ...nicht sehr gut. Ja. Da würd ich dir wohl völlig recht geben. Vielleicht sollten wir noch den Twitch-Modus einstellen. Mhm. Oh ja. Ich hätte lieber ne Chaos-Boot gehabt, die noch während der Patrouille... ...und der Welle dabei ist. So, wenn ich anständig spielen würde... ...würden wir es vielleicht tatsächlich schaffen. Okay, Leute. Können wir das nochmal probieren. Okay. Ich weiß nicht, ob Legende... Das ist... Was? Legende ist total alt. Du musst... Wir müssen das nur... ...entspannter angehen. Ja, dann los. Dann los. Komm, einmal geht noch. Nein, ich hab gerade schlecht gespielt. Das hat nichts mit. Wir machen das jetzt ernsthaft. Richtig. So. Okay. Ja, was ist das denn? Nochmal Legende. Ja. Natürlich hab ich gesagt. Willst du nach einem Mal schon aufgeben? Was sind das für eine... Äh, das ist ein Feuerball. Das ist doch keine Arbeitsmoral. Ich hab noch nie nach einem Mal aufgehört. Aufgehört. Aber wenigstens zwingt einen Legende dazu, einem ein bisschen mehr auszuweichen. Ja. Ja. Legende macht Spaß, weil es macht... ...dass man arbeiten muss. Arbeiten? Weißt du, wo ich arbeiten muss? In der Arbeit. In der Arbeit. Richtig. Auf der Arbeit. Hätte ich gar nicht gedacht. Dann korrektes Deutsch. Ähm. Wie findet ihr übrigens... Wie findet ihr übrigens The Air Billions? Wer hat das alles schon gespielt? Einen Haufen Leute. Ich schreib nicht. Achso. Nö, ich auch nicht. Na ich mein hier unter... Ich hab dein Wiespiel dazu gesehen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, ich kenn mich... ...so'n bisschen aus. Na, nicht spoilern. Ich muss das alles selbst rausfinden. Ist am lustigst. Aber es ist ganz schnell. Mir gefällt der Artstyle nicht so gut, muss ich sagen. Aber ich glaub, das Gameplay sieht ganz spaßig aus. Ja, ist ganz unterhaltsam. Mal sehen wie lang. Aber ich denke mal so 20 Stunden oder so kann man da wahrscheinlich schon reinstecken Ja, schon Wie viel hast du das gekriegt? So 18 Euro, ja schon recht teuer für so einen Early Access Aber, naja Ja, weil Early Access zahlt man immer noch obendrauf für die Hoffnung auf Besserung Nur hat man da keine Lust mehr Richtig, also Early Access darf echt nicht zu früh released werden Es gibt Early Access Spiele, die sind echt gut und da freut man sich über jedes Update und fängt deswegen wieder an zu spielen und es gibt welche Ja, richtig Das ist schon am Anfang so wenig Spaß, dass man das auch nicht mehr anfängt danach Ich muss sagen, ich hätte gerne so eine Art Kampagne bei diesen Dayabillions, das wäre irgendwie cool Mhm Ja, aber das ist doch was, was die oft ganz spät erst machen, weil Eigentlich erst, weil die Spielmechanik gut spielen müssen Ja, hast du das hier denn ab? Ah, ich kapier voll am Lass Vorsicht, da ist noch irgendwo Ja, der, 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 die Hogread ist tot Plague Monks Stille Welle übrigens Was? Mhm Ach, gleich mal von hinten Okay, ich stehe in dem Spawn, ja Also, nicht in dem Spawn, aber hinter mir, im Vorneinspringen, auf dem Beurterhof Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist Ich, äh, spiele gerade so zu sagen, nicht reaktiv, sondern Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist Ich, äh, spiele gerade so zu sagen, nicht reaktiv, sondern Ich, äh, in der Hoffnung auf, äh, darauf, dass ich alles verletze Ach, du Schande Wo sind denn eigentlich alle? Weg Äh, draußen, hier auf dem Podcast Wo bist du? Komm mal wieder zu dir rein, oh, hier geht's gar nicht zu dir rein Ach, alles gut, alle leben Warum alles in der Welt seid ihr? Ach, ihr seid das hinten Mal mit links, die Ja, weil die Treffer runtergelaufen, ja Hinter dir Ach, du Schande Oh, hier Oh, ein Boss, klasse Rattenauger Ja, hinter euch, links Also Mein Lieblingsboss Ach, du Schande Bleib hier, du Arschgeige Aua Oh, scheiße, was ist da, ich das Gasrate Holst du die Negatus? Ist tot Ist tot Oh, nee, der hat mich durch meine... Ja, der haut durch den Block Manchmal Immer, wenn er nicht diese 3er-Kombo macht Die 3er-Kombo geht nicht durch den Block, aber alles andere geht durch den Block Aber er ist relativ alt Ah, Hilfe! Ich hänge... ich hänge... ich hänge... ich hänge... Ich hänge überhaupt nicht, das ist mit Abstand der schwerste Boss Echt? Echt? Oh, ich hänge dadurch, dass du den Rückwärts dodgen kannst, relativ unkönnen Oh, nee, ich hab doch geblockt... Aua, jetzt hat er mich auch durch den Block gewischt Ich glaube, ich brauche mehr Ausweichbewegung für diese Bosse Ja Jetzt treffen die einen Oh, Mann Das sind seine... das sind seine... Oh, jetzt hat er den Moonwalk gemacht Seine Cheats Das sind seine Cheats Das sind seine Cheats, genau Boah, ey, das ist grad richtig unschön Vielleicht soll er noch was zu machen Nein, weil die Cheats sind dann, wenn ich nicht lecke Boah, ey, mir wird schlecht Ja, zum Glück hat er jetzt den Ragnar aufgehoben, da kann man wenigstens zugucken Oh nein, zu viel Druck Du darfst nicht sterben Ja, Ragnar... Ich sterbe Ich schaffe ichs noch Ragnar leckt nicht so durch die Gegend Ne, das ist... das bin ich, glaube ich Scheiße, ey Was ist da los? Raki-Duna 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 Der Rido wartet, ne, falls ihr's nicht gemerkt habt, der steht da rum Und er wird jetzt geflamed Wow, war das ein Patrouille oder sind die Erden? Nein, die standen da nur so rum und da ist noch der Ragnar Scheiße So ist Zwerg Ja, ich bin ausgefunden Ja, jetzt bist du Rido has left the game Hä, ne, joining host Legatus Leonidus Ja, du hast die... Wagt er noch mehr von diesen Kackfächern? Zum Hamsterverlor Es ist auch die Explodierenden in der Kampf, wenn du den auf den Gucksack haust Um Himmels Willen Nehmt den Bot auf und der Bot ist gleich wieder tot Das sah sehr witzig aus Es ist einfach abgeprallt In der Sturmrotte Ich könnte es weg ulten und Dinge zu holen Das war ne Katastrophe Ich weiß nicht, ich glaube Legende ist nicht das Richtige Das Video wollen wir mal tauschen Das war's Das war's Das war's Das war's